Hallo, mein Name ist Ben Watara und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Podcast-Folge geht es um negative Energien. Man könnte sagen Energiewampire, Kritik, Leute, die deine Energie runterbringen, Leute, die negativ sind und das Vermeiden davon. Und es ist sehr wichtig, das Thema wirklich zu verstehen, weil es gibt viele Leute, die es missverstehen, missinterpretieren und irgendwie das Gefühl haben, dass alles, was sich negativ anfühlt, ein Energiewampir ist und man es vermeiden sollte. Das heißt, es gibt bestimmte Leute, die dich kritisieren vielleicht oder die etwas sagen, was du nicht gerne hören willst und dadurch fühlst du dich einfach schlecht in dem Moment und denkst, diese Person ist voll negativ, immer wenn ich mit denen bin, fühle ich mich down, fühle ich mich scheiße und deswegen muss ich das eliminieren. So und da gibt es einige Punkte, worauf man achten sollte, um zu sehen, ob es wirklich ein negativer Einfluss ist oder eigentlich ein positiver Einfluss, der sich nur negativ anfühlt. Das ist ein sehr großer Unterschied und wir brauchen teilweise diese negativen Erfahrungen, die in uns eine Veränderung verursachen, sodass wir uns verwandeln. Das heißt zum Beispiel, wenn ich übergewichtig bin und ich will eigentlich abnehmen und ich bin in einer Situation, wo ich etwas tun muss, was unangenehm ist, dann fühle ich mich vielleicht negativ in dem Moment. Ja, wenn ich zum Beispiel etwas essen muss, was mir nicht gefällt oder wenn ich trainieren muss und ich merke so, boah, ich habe Muskelkater. Ja, eigentlich ist es etwas Negatives, aber das bringt ja eine Transformation in der Zukunft, die positiv sein wird. Ja, wenn ich mit jemandem bin, der mich unterstützt, aber dadurch, dass er mich konfrontiert mit bestimmten Sachen, merke ich, ich muss mich jetzt verändern, ist es etwas Positives. Wenn jemand die ganze Zeit Witz über mich macht, obwohl ich mich jetzt anstrenge, obwohl ich nach vorne komme, obwohl ich mich verändere, der sagt, ach komm, du wirst eh nie abnehmen, ach du wirst schon immer, was bringt das überhaupt und so weiter. Eine Person, die auch selbst übergewichtig ist zum Beispiel, die aber dir dann immer wieder sagt so, ach komm, das klappt sowieso nicht, das ist ein negativer Einfluss, weil es kann dich wieder zurückwerfen. Und das ist wichtig, dass wir diesen Unterschied machen. Das ist genau wie ein Lehrer zum Beispiel, der dir eine schlechte Note gibt oder der dich kritisiert und sagt, das ist schlecht. So, aber konstruktiv dann sagt, das und das und das kannst du verändern, das kannst du anpassen, damit du besser wirst. Ja, dass du in eine Situation reinkommst, die negativ ist, wo du einen Fehler machst, wo du scheitern kannst, weil das ist wieder das Ding. Wenn jemand, der denkt, ich will positiv sein und ich will mich immer nur positiv fühlen und ich will alles in meinem Umfeld so gestalten, dass ich mich immer positiv fühle, im Jetzt positiv fühle, dann werde ich auch Situationen aus dem Weg gehen, die ich eigentlich konfrontieren muss, um etwas Größeres zu schaffen. Und jetzt sabotiere ich mich selbst. Jetzt bleibe ich in meiner Komfortzone, denn außerhalb der Komfortzone zu leben, ist unangenehm. Ganz besonders am Anfang, bis es zur neuen Komfortzone geworden ist. Das heißt, dieses Positive Thinking, das geht darum, dass man Sachen nicht schlimmer macht, als sie sind, sondern immer wieder den Fokus auf das Positive setzt. Bedeutet, wenn jetzt jemand mich kritisiert und ich sage, man, ich schaffe das sowieso nicht und ach, das ist so ein weiter Weg und ich habe mich jetzt so angestrengt für dieses Ding und jetzt ist es doch nicht gut genug und ich werde wieder kritisiert und ach man, so eine Scheiße. Jetzt gehe ich ja in diesen negativen Flow. Ich kreiere eine negative Emotion. Ich kreiere eine negative Geschichte um diese Situation herum. Aber ich könnte genauso gut denken, so okay, da hat zwar das und das kritisiert, aber das und das, was das letzte Mal falsch war, habe ich jetzt richtig gemacht. Das heißt, ich habe einen Fortschritt gemacht. Okay, es ist immer noch ein hartes Workout, aber ich habe zwei Kilo verloren. Okay, das ist immer noch, fällt mir immer noch schwer, aber ich habe mich zumindest mal getraut. Das heißt, du kannst immer und vor allen Dingen, wenn du dir dann die Powerfragen stellst. Ich habe ja eine Liste an Fragen, eine Liste an Powerfragen, die ich geteilt habe. Auf einem YouTube-Channel zum Beispiel habe ich die Powerfragen geteilt, wo du wirklich für dich dir erstmal die richtigen Fragen stellst. Wie kann ich anders darüber nachdenken? Was kann ich lernen? Was kann ich verbessern? Wie kann ich das nächste Mal besser anwenden? Und sobald du so denkst, denkst du wieder in Zukunft, denkst du wieder positiv. Das heißt, du sollst nicht negative Erfahrungen vermeiden. Manchmal ist der Weg zu dem Positiven durch das Negative hindurch. Das, was wir auch als negativ bezeichnen, ist ja auch oft eine Bewertung. Ich weiß zum Beispiel, ich war vor kurzem, war ich in einem Interview und da habe ich eine Frage bekommen, die ich so noch nicht bekommen habe und in dem Moment ging es um so einen Pitch und dann habe ich das falsch, nicht falsch beantwortet, aber auf eine Art und Weise beantwortet, wo ich danach dachte so, ah Mann, warum habe ich das so beantwortet? Ich hätte das so beantworten sollen. Und wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir etwas nicht so gut machen, wie wir es eigentlich wollen, dann kann es sich schlecht anfühlen. Du bist in einer Situation, du tust etwas und dann sagst du, ach Mann, scheiße, jetzt habe ich die Gelegenheit verpasst und warum habe ich das so gemacht und so weiter. Du kannst genau das, kannst du zu einer negativen Erfahrung machen oder du kannst es zu einer positiven Erfahrung machen. Es ist alles von deinem Fokus abhängig. Das bedeutet, entweder du fokussierst dich auf, alles klar, dadurch, dass es jetzt passiert. Wer das nicht passiert, dann hätte ich gar nicht gemerkt, dass ich dafür nicht ready bin. Das heißt, nächstes Mal, wenn wieder so eine Frage kommt oder so eine ähnliche Frage, wie kann ich das vorbereiten? Was kann ich anpassen? Was kann ich ändern? Was kann ich lernen? Und wenn ich es nicht weiß, wen kann ich fragen, damit ich es lernen kann? Boom! Und jetzt bin ich wieder in dem Weg nach vorne. Oder ich bleibe in meinem Kopf und denke mir die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Und da ist wieder ein sehr wichtiger Punkt, diese Frequenz, diese Routine, diese Struktur. Weil wenn mir das einmal passiert und dann verzögere ich das nächste Mal, dann habe ich vielleicht erst die nächste Konfrontation damit in drei Monaten. Wenn ich aber sage, okay, jetzt suche ich neue Situationen, neue Gelegenheiten, damit ich wieder da reingehe. Boom! Und dann versuche ich es nächste Woche nochmal oder in zwei Tagen nochmal oder dreimal die Woche nochmal. Und je öfter ich da durchgehe und je öfter ich das teste und verbessere und anpasse, desto mehr wird das zu meiner neuen Komfortzone und plötzlich ist es kein Problem mehr. Plötzlich ist es nicht mehr etwas Negatives. Plötzlich ist das Negative. Die negative Emotion war ja nur da, weil ich nicht gut war in dieser einen Sache und ich werde ja nur besser, indem ich mich dem aussetze. Und viele Leute vermeiden Situationen, wo sie sich in dem Moment nicht gut fühlen. Ich habe ja diese Folge gemacht über introvertiert, extrovertiert. Das ist, habe ich ja erklärt. Das ist genau wie jemand, der sagt, ich bin unsportlich und jedes Mal, wenn ich mich in einer Situation begebe, wo ich Sport machen muss, sage ich, oh, das ist unangenehm. Ich bin einfach nicht der Typ und gehe dann wieder raus aus dieser Situation. Und deswegen wirst du ja auch nie sportlich. Genauso wie introvertiert, extrovertiert. Du sagst, ja, in den Situationen fühle ich mich unwohl, weil ich bin eigentlich nicht der Typ. Und dann gehst du dann, oh, das kostet voll viel Energie, so nach draußen zu gehen, mit vielen Leuten zu reden und zu kommunizieren. Also vermeidest du diese Situation und deswegen bleibst du ja in deiner Komfortzone. Und genauso ist es mit Leuten, die extrovertiert sind und sagen, ah, ich kann nicht da sitzen, für zwei, drei Stunden mich zu fokussieren oder kreativ arbeiten oder meditieren und an nichts denken. Ah, ich kann das einfach nicht. Und es ist unangenehm für einen. Und dann fühlt man sich nicht gut und dann denkt man, ach, das ist eine negative Erfahrung und dann vermeidet man die Situation. Und deswegen bleiben die meisten Menschen in ihrer Komfortzone, in ihrer jetzigen Identität gefangen. Es ist wichtig, dass wir konfrontiert werden damit und es wird auch sein, dass es manchmal ein negatives Gefühl ist. Dass Leute dir etwas sagen, was dir nicht gefällt. Dass du dich nicht cool fühlst, weil du nicht gut bist. In dieser einen Sache. Aber diese negative Emotion ist notwendig. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir das identifizieren. Ja, weil manche Leute sagen, oh, ich werde mit dieser Person keine Zeit mehr verbringen, weil es ist negativ. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mit dieser Person bin. Ey, manchmal, wenn du mit Leuten bist, die besser sind als du, die schlauer sind als du, die stärker sind als du, dann kann es dein Ego ankratzen. Aber es ist wichtig, mit diesen Menschen regelmäßigen Kontakt zu haben, einfach auch, damit man sieht, was man von den Menschen lernen kann, wie man nach vorne kommt. Und nicht nur mit Menschen Zeit verbringt, wo man sich gut fühlt. Es ist wichtig, auch natürlich, dass man mit Leuten ist, die eine gute Aura haben, die witzig sind, die funny sind, aber manchmal fühlt man sich gut, weil man überlegen ist. Und man denkt so, ah, dem kann ich was beibringen. Ah, der bewundert mich und deswegen fühle ich mich gut. Aber wenn ein anderer, wo ich merke so, boah, ich muss ein bisschen mein Game upsteppen, da fühle ich mich nicht gut, das ist kein gutes Gefühl und deswegen vermeide ich diese Situation. Sondern es ist sehr wichtig, dass wir da in die Ehrlichkeit mit uns selbst gehen und nicht einfach etwas labeln als gut, schlecht und einfach, leicht und alles, was schwer ist, ist negativ und ich will mich dem Negativen nicht aussetzen. Dieses, wo man sagt, positiv, dieses positiv bleiben ist der Switch. Das ist die Bewertung von einer Situation, die intern bei dir passiert. Da ist es wichtig, dass du wirklich in dieses Positive reingehst und nicht in diesen Negativen bleibst. Das ist eine Arbeit bei dir. Und klar kannst du dein Umfeld dann anpassen. Wenn man dann sagt, Energiewampire, ich habe immer dieses Konzept gebracht, du bist dein eigener Energiewampir. Viele Leute sagen, ja, Menschen in meinem Umfeld, die lenken mich immer ab und die fragen mich immer nach Sachen und die, das kostet mich so viel Zeit und ich helfe dem und ich helfe dem und ich helfe dem und dann habe ich keine Zeit mit mir selbst und das sind alles Energiewampire. Du bist der Energiewampir, weil du hast nicht die Fähigkeit, Nein zu sagen auf eine Art und Weise, wo du dich nicht schlecht fühlst. Wenn jemand dich fragt, kannst du das und das für mich machen, sagst du Nein, ich kann es leider nicht tun. Ich habe gerade gar nicht die Zeit. Ich muss jetzt gerade an dem arbeiten. Ich sage Ja, dann mache ich das für die Person und dann sage ich, diese Person ist ein Energiewampir. Als hätte diese Person mich gezwungen oder meine Zeit geraubt. Ich habe Ja gesagt. Sehr oft sagen wir, ich erzähle meinen Freunden, ich sage denen von meinen Zielen und die glauben nicht an mich und sagen, ach, das wird nicht klappen. Du bist ein Energiewampir. Wie kann er deine Energie klauen, wenn du die Energie nicht gibst? Du hast diesen Menschen doch davon erzählt. Warum redest du über deine Ideen, die noch nicht manifestiert sind, mit Leuten, die nichts mit dieser Idee zu tun haben und überhaupt nicht in diesem Gebiet sind? Es gibt Leute, die sind nicht in der Lage, sie haben den Glaubenssatz, dass sie nicht bestimmte Sachen erreichen können. Und jetzt kommst du in deren Gesicht und erzählst denen von irgendwelchen Zielen, die du selber noch nicht erreicht hast und die sie nicht glauben erreichen zu können und erwartest von denen, dass die jetzt deine Vision sehen. Und wenn die dann sagen, ach, das kannst du vergessen, sagst du, der ist jetzt ein Energiewampir. Hey, es gibt Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe, mit denen kann ich Party machen, mit denen kann ich zum Training gehen, mit denen kann ich Spaß haben, mit denen rede ich nicht über Business. Es gibt Leute, mit denen rede ich über Business, mit denen kann ich aber nicht über Sport reden. Es gibt Leute, mit denen rede ich über Mindset, über Psychologie, mit denen kann ich nicht über andere Bereiche reden. Und ich rede da nicht mit denen darüber. Und mit denen, mit denen ich trainieren gehe, manchmal rede ich halt nicht über Psychologie. Weil ich mir denke, das ist nicht ein Gebiet, was ihn interessiert. Und wenn ich jetzt mit dem darüber reden will und die Person sagt dann, ach komm, das ist alles Bullshit, sage ich ja nicht, das ist ein Energiewampir. Das ist dann wieder eine Bewertung von mir. Das ist am falschen Ort, das ist falsch, ich gehe auch nicht in einen Club und fange dann an, über Business zu reden. Außer das ist ein Business Meeting. Aber verstehst du, was ich meine? Das heißt, dass wir selber Sachen framen, wir bewerten Sachen sehr stark. Wenn du natürlich dein eigenes Ding machst und du redest, du bist einfach dabei, dein Ding zu machen und du hast Menschen in deinem Umfeld, die aber immer wieder das sabotieren wollen, ohne dass du wirklich das ansprichst. Und die sagen, ah, was machst du denn da? Das ist voller Bullshit, das bringt alles überhaupt nichts. Ach, das ist doch alles zeitverschend. Und du sagst, ey, bitte misch dich nicht ein, das ist mein eigenes Ding, ich mache das, ich weiß, was ich tue. Und die dich mal fragen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was machst du denn eigentlich da? Machst du, ach, das wird sowieso nicht klappen, na, das ist sowieso Bullshit. Und du merkst, egal was du tust, diese Person kommt mit dieser Negativität, das ist was ganz anderes, okay? Und das ist etwas, was man so identifizieren kann. Aber in sehr vielen Fällen ist es so, dass wir selbst diese Energie darauf projizieren, dass wir selbst der Energie-Vampir sind, indem wir das bewerten. Manche Leute sagen einfach nur ihre Meinung, das hat nichts mit uns zu tun, aber wir interpretieren das so. Manche Leute sagen etwas, damit wir uns verbessern können, aber wir interpretieren das nicht so. Manche Situationen, manche Menschen sind in unserem Leben da, weil wir noch nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Wir sind noch nicht in der Lage, Nein zu sagen. Es ist eine Fähigkeit, die du brauchst im Business, im Leben, in allen bestimmten Bereichen, um nach vorne zu kommen. Und solange du solche Situationen in deinem Leben hast, solange bist du noch nicht ready für den nächsten Step. Das heißt, du musst dich verwandeln. Und wenn du versuchst, diese Menschen, diese Situation zu eliminieren, werden die immer wieder kommen, in Form von anderen Menschen, in Form von anderen Situationen, bis du deine Lektion gelernt hast. Das heißt, was ist das, was du verändern musst? Was ist das, was du lernen musst? Was ist das, was du übersiehst? Was ist das, was du als negativ interpretierst? Und wie kannst du das nutzen, um etwas Positives daraus zu machen? Und das ist die größte Lektion. Das heißt, nutze diese negativen, in Anführungsstrichen, Situationen, Menschen, als Gelegenheiten, um zu wachsen. Nutze sie als Gewicht, was du nimmst, um deinen Muskel zum Wachsen zu bringen. Nutze sie als Widerstand. Das ist ein Widerstand. Du probierst etwas, es klappt nicht. Das ist ein Widerstand. Du versuchst das erste Mal rauszugehen und sagst, ich gehe eine Stunde laufen. Nach 20 Minuten fehlt dir die Puste. Okay. Morgen gehe ich nochmal. Und übermorgen gehe ich nochmal. Und ich passe bestimmte Sachen an. Du hast einen Krampf. Scheiße, ich muss Wasser trinken. Das stimmt. Ah, okay. Ah, ich muss meine Ernährung umstellen. Ah, ich muss vielleicht das machen. Ah, ich hätte vielleicht beim ersten Mal nicht eine Stunde laufen sollen, sondern vielleicht erst nur 20 Minuten und das aufbauen. Ich habe zu groß. Und so weiter und so fort. Oh, da war ganz kurz die Verbindung weg. Und so weiter und so fort. Sorry, ich nehme gerade ein Instagram live auf, während ich den Podcast aufnehme. Und jetzt habe ich voll vergessen, dass ich den Podcast aufnehme und habe, weil mein Instagram auf Pause gegangen ist, habe ich es einfach laut ausgedrückt. Aber egal, ich werde das einfach hier im Podcast drin lassen. Denn ab und zu nehme ich die Podcast-Folgen auch live auf. Deswegen check mein Instagram aus, benwatara.de oder ben-dubai82. Eins ist Englisch, das andere ist Deutsch. Der Link ist ja auch in den Shownotes. Aber jedenfalls, das ist die Podcast-Folge des Tages. Achte wirklich darauf, was du als negativ bewertest, was wirklich negativ ist oder was eigentlich etwas Positives ist, was du falsch labelst als negativ. Weil dieses positiv Denken und positiv Leben bedeutet nicht, dass man all das, was im Jetzt sich negativ anfühlt, eliminiert. Weil sehr oft ist das, was sich jetzt negativ anfühlt, für die Zukunft positiv. Und das, was sich jetzt positiv anfühlt, für die Zukunft negativ. Im Beispiel Fitness, jetzt Schokolade zu essen. Sorry. Jetzt Schokolade zu essen, fühlt sich sehr gut an. Aber für die Zukunft ist es nicht unbedingt notwendig. Jetzt auf der Couch zu liegen und sich Filme anzugucken, anstatt zu arbeiten, fühlt sich vielleicht gemütlicher an, als jetzt zu arbeiten. Aber für die Zukunft ist es nicht so positiv. Und genauso ist es andersrum, dass man zum Beispiel auf etwas verzichtet jetzt, um es in der Zukunft genießen zu können oder jetzt an etwas arbeitet, damit man in der Zukunft natürlich auch den Benefit davon hat. Deswegen ist es immer wichtig, dass man da auch die Zeit beachtet und wie man für sich selbst Situationen interpretiert. Wenn du möchtest, dass ich dir da auch spezifisch helfe und direkt helfe, dann klick auf den Link in den Shownotes und bewerbe dich für einen kostenlosen Powercall. Der Powercall ist ein einstündiges Gespräch, was ich mit dir führe, wo ich kostenlos dich berate, mit dir auf deine Situation gucke und da wirklich spezifisch für dich rausfinde, was die limitierenden Glaubenssätze sind, die du hast, was Elemente in deinem Umfeld sind, Menschen in deinem Umfeld, in deinem eigenen Handeln, wo du vielleicht Emotionen kreierst, die es dir viel schwieriger machen, als es eigentlich sein sollte und die konstant in einer Routine, in eine Struktur, mit einem richtigen Umfeld ins Machen kommst und das Wissen, was du hast, auch umsetzen kannst und nicht nur in der Theorie bleibst. Und wenn du da mehr wissen willst, klick auf jeden Fall auf den Link in den Shownotes und dann gibt es ein Formular, was du ausfüllst. Das dauert zwei bis drei Minuten maximal. Und dann habe ich ein bisschen so einen kleinen Überblick über das, wo du gerade stehst, wo du gerade hin willst, ob ich dir überhaupt helfen kann, ob ich der Richtige bin. Und alles andere besprechen wir dann in den Call. Wie gesagt, es ist kostenlos, wenn wir in den Call reinkommen. Und ich mache das natürlich, weil das für mich auch einer der besten Wege ist, rauszufiltern, mit wem ich am besten in der Zukunft zusammenarbeiten kann. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Trag dich in den kostenlosen Powercall ein und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach es einfach und mach es einfach. Melde dich heute noch an für einen kostenlosen Powercall mit mir, indem du auf den Link in den Shownotes klickst. Der Powercall ist ein Zoom-Call mit mir, indem ich dir persönlich dabei helfe, zu identifizieren, welche Strategie die beste für dich ist, um an ein Ziel zu kommen und deine Limitierung zu eliminieren. Der Call ist kostenlos und es sind nur limitierte Plätze verfügbar. Also melde dich jetzt an und klicke auf diesen Link. Du kommst auf eine Seite, wo du ein paar Fragen beantworten musst und wirst dann die Möglichkeit bekommen, einen Termin mit mir zu buchen. Und wenn du dich fragst, warum ist dieser Call kostenlos? Nun, es ist für mich der beste Weg, rauszufiltern, mit wem ich in der Zukunft zusammenarbeiten will. Und es ist für dich eine Gelegenheit zu erleben, wie es ist, von mir gecoacht zu werden. Also warte nicht lange, mach es einfach und mach es einfach. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!